Herzlich willkommen zum Video. Ich habe euch heute einen sehr spannenden Gast mitgebracht für jeden Handwerksbetrieb, der Lust hat, seine Leute mehr zu motivieren, dass die Leute bessere, wirklich auch Ergebnisse für den Betrieb bringen. Da ist der Stefan da extrem gut geeignet, beziehungsweise die Dienstleistung, die der Stefan anbietet. Und ich würde sagen, let's go! Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, Stefan. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und was hast du anzubieten? Ja, alles klar, sehr gerne. Also, mein Name ist Stefan Wendel, ich komme aus Hannover auch. Und ja, wir sind ein mittelständischer, kleiner Betrieb von Experten, die sich um das Thema Vergütung kümmern. Das heißt, wir wollen den unternehmerischen Geist bei den Mitarbeitern wecken und wir kommen mit dem Thema Vergütung. Es geht am Ende darum, dass das Unternehmen mehr verdient und wenn das passiert, dann können wir auch die Gehälter steigern monatlich, flexibel. Das ist die Logik bei uns. Okay, also es geht im Endeffekt darum, ich habe Gewinn X und wenn ich feststelle, meine Mitarbeiter machen so guten Job, dass ich X plus Y bekomme, sind die an Y beteiligt. Richtig, genau. Also vollkommen messbar. Es geht nur um messbare Zahlen. Am Ende geht es darum, wie viel haben wir mehr erwirtschaftet und was können wir davon oder was wollen wir davon im Vorwege klären, was die Mitarbeiter vielleicht davon bekommen. Okay. Was ich sehr spannend fand, wir haben ja auch mal über den Use Case gesprochen, so bezüglich der Agentur, weil wir festgestellt haben, wir führen die Agentur schon sehr, sehr eng mit sehr engen Kennzahlen. Wir haben aber für uns festgestellt, weswegen wir auch das Video entschieden haben zu machen, dass die meisten Handwerksbetriebe ihre Leute eben nicht nach sehr engen Kennzahlen führen. Da gibt es einige wenige Ausnahmen, wie jetzt Enpal oder so, die aber auch riesig sind. Ja, okay, gut. Und die meisten wissen halt gar nicht bei den Leuten, ich weiß, was die gemacht haben, aber die haben jetzt keine Vorgabe, wie viel hätten sie machen sollen. Und was ihr ja auch schon festgestellt habt, hast du ja auch gesagt, dass dieses Kennzahlen führen bei gerade einem kleinen Betrieb nicht wirklich praktikabel ist, der Chef keine Zeit hat. Und aber vor allem die Leute, die diese Eigenmotivation reinbekommen, als wären sie Kennzahl geführt. Und das mit einer ganz einfachen Änderung der Vergütungstechnik. Wie kann man das ja sagen. Hast du ja vielleicht mal so ein, zwei Beispiele bei euch jetzt aus der Praxis? Genau, also völlig einfach am Ende des Tages. Wir haben schon eine Kennzahl, aber die ist halt, ich sag mal, im besten Fall eine Zahl fürs Unternehmen. Wenn wir einen Betrieb haben, 10, 20 Leute, dann macht es nicht Sinn, jeden Einzelnen zu messen, sondern das gesamte Unternehmen. Und letztendlich ein Beispiel. Wir haben Dachdecker als Beispiel, da fährt ein Mitarbeiter heute raus und der Kunde sagt, Mensch, kannst du mal eben die Dachrinne vielleicht mit wechseln oder Dachrinne sauber machen? Klar, der will einen guten Eindruck machen, der Mitarbeiter, geht hoch, putzt die dann und so weiter. Aber am Ende wird diese Leistung halt nicht verrechnet. Und genau darum geht es am Ende. Wir wollen, dass der Mitarbeiter bei jeder Tätigkeit, die er ausübt, einfach sagt, okay, ist das jetzt im Auftrag enthalten? Kann ich ein Nachmaß stellen? Oder vielleicht sogar kann ich mit dem Material so umgehen, dass ich am Ende des Tages wirtschaftlich tätig bin? Und das lässt sich einfach immer über einen Deckungsbeitrag oder im schlimmsten Fall über einen Umsatz einfach darstellen. Und damit haben wir tatsächlich eben die Erfolge, dass die Mitarbeiter plötzlich anfangen und sagen, okay, ich mache die Leistung, aber ich kriege das entsprechend auch verrechnet, sodass ich davon auch monatlich einfach was von habe. Vielleicht mal in Zahlen gesprochen. Was sind so normale Zahlen, was der Mitarbeiter an mehr Gehalt bekommen kann, wenn ihr so ein System da einführt? Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also es geht nicht darum, irgendwie ein 5-Euro-Stückchen nach einem Monat auszuschmeißen, sondern wir haben tatsächlich bei vielen Unternehmen, ich sage mal, Produktivitätssteigerungen messbar von 10 bis 20 Prozent und das im ersten Jahr. Und das bedeutet wiederum, umgemünzt macht das bei 10 Prozent etwa ein Monatsgehalt aus aufs Jahr und bei 20 Prozent eben zwei Monatsgehalt. Das heißt, das System ist abhängig davon, was erreicht wird. Ja, okay. Beim Endeffekt nicht mehr Fixkosten für den Unternehmer, beim Endeffekt nicht mehr Risiko für den Unternehmer. Richtig, genau. Und wie läuft das dann in der Realität ab? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich komme zu euch, sage, hey, ich möchte produktiver werden. Wie geht ihr dann vor? Genau, wir haben im Prinzip immer den gleichen Weg. Wir machen ein Konzept, das dauert typischerweise einen halben Tag bis einen Tag. Dann wird das in unser IT, also ein IT-System, eingepflegt. Das heißt, der Unternehmer bekommt am Ende das System, wir schulen die Mitarbeiter auch. Also um ein Gefühl zu haben, 10 Leute, ich sage mal, da ist man eine Stunde durch, also sprich auch Betriebe mit 50, 60, 70 Leuten, haben wir einen halben Tag bis einen Tag Aufwand, um die Leute zu schulen. Und das System übernimmt dann quasi die Rechenarbeit für den Mitarbeiter, also sprich für den Unternehmer, dass Daten einfliegen. Und der Mitarbeiter sieht dann entsprechend in einer Anwendung monatlich aktuell, wo der Stand des Unternehmens ist. Und das ist quasi unser Vorgehen. Workshop, Mitarbeiterschulen, Erfolg haben. Und wie hoch ist dann der Aufwand für den Mitarbeiter, diese Zahlen auf unser System einzuspeisen? Wie funktioniert das dann? Das macht ja typischerweise der Unternehmer. Okay. Und ich sage mal, am Ende des Tages, also wenn wir so einen typischen Handwerksbetrieb haben, mir fällt so ein Elektrotechnikunternehmen mit 50 Mitarbeitern an, die steuern diesen Betrieb mit, glaube ich, zwei oder vier Zahlen. Also zwei der vier Zahlen, wenn einmal im Monat, am Ende kann man die händisch eintragen und dann folgt die Rechnung automatisch. Also Aufwand, sagen wir mal, 20 Minuten im Monat. Okay. Und das Ergebnis wird dann eben automatisch angezeigt, ja. Und das sind dann auch so Zahlen, die die Unternehmer eh immer erheben, wie zum Beispiel jetzt Umsatz oder sowas? Genau, also bei reinen Dienstleistern ist Umsatz eine gute Währung. Wenn ich aber Handwerker bin mit Materialeinsatz, dann kann ich nicht nach Umsatz bemessen. Warum? Weil der Umsatz steigt in inflationären Zeiten immer. Sondern wir müssen halt den Umsatz abzüglich zum Beispiel Materialeinsatz nehmen. Ja, so eine Art Rohertrag habe ich da. Rohertrag, genau. Vollkommen richtig. Und damit ist jeder Unternehmen auf Basis seiner BWA im Prinzip in der Lage, einmal im Monat diese Zahlen zu bekommen. Denn es geht ja nur darum, einmal im Monat einen Status zu kriegen, um dann eben im Folgemonat die Mitarbeiter, ich sage mal, die Beteiligung auszusprechen. Wie groß sind Unternehmen, mit denen ihr arbeitet im Durchschnitt? Also wie viele Mitarbeiter haben die? Ja, also das geht los bei 10, 15 Mitarbeitern. Und ich sage mal, wir sind irgendwo begrenzt nach oben, 250, so das, was wir an Kunden haben. Also ich sage mal, so ein klassischer, klein bis mittelständischer Unternehmer ist so da, wo wir tätig sind. Wir haben jetzt nicht einen reinen Fokus auf dem Handwerk, das nicht, sondern wir kommen aus dem Handel. Wir haben Dienstleister, wir haben Produktionsunternehmen. Und letztendlich lässt sich in all diesen Unternehmen immer mit wenigen Kniffen, ich sage mal, eine saubere Grundlage bilden, auf der wir eben auch eine Erfolgsvergütung aussprechen können, die dem Unternehmer in der Tat nichts kostet. Ja, okay. Und der Unternehmer hat ja auch mehr in der Tasche. Also es ist ja dann am Ende so eine 50-50-Aufteilung, vielleicht strebt er ja an. 50% ist mehr Gewinn für den Unternehmer, 50% für die Mitarbeiter, aufgeteilt dann natürlich. Absolut. So, dass jeder weiß, seine abrechenbaren Stunden, wenn er da jetzt drei von mehr abrechnet, die er sonst nicht abgerechnet hätte, weil er sagt, mach ich mal so aus Goodwill, sind halt dann, wenn es jeder machen würde, für ihn halt auch anderthalb Stunden, die er so noch nicht dazugekommen ist. So sieht es aus. Also wir haben zum Beispiel Lkw-Werkstatt, da haben wir häufig die Situation, stell dir einfach vor, du hast einen Liter Öl oder zehn Liter Öl, die du nachkippst, die landen aber nicht auf der Rechnung. Dann hast du auf der einen Seite das Öl, was nicht faktoriert wird, aber noch viel mehr. Die Arbeitswerte, die Stundenwerte, und das ist natürlich schnell, ist 100% profil. Und davon kann der Unternehmer gerne auch großzügig einen Teil an die Mannschaft abgeben. Und deswegen wirken diese Modelle auch, weil sie so zeitnah sind. Und am Ende kommt was bei rum. Also wir haben durchaus Kunden, die im ersten halben Jahr, ich sag mal anderthalb Monatsgehälter pro Person dazu verdienen. Ja, und ich finde das immer faszinierend, wenn du jetzt mal so ein Handwerksbetrieb drin bist, da gibt es ja immer die Unternehmer, die sagen, ja, ich habe Leute, die mitdenken und die nicht mitdenken. Aber durch so eine Inzentivierung wird ja jeder dazu angeregt, mitzudenken, auch wenn er es vielleicht gar nicht möchte, merkt er halt trotzdem, ich verdiene halt mehr Geld. Warum sollte ich es nicht machen? Und wie du schon sagst, es ist weg zu den eigenen Unternehmern in den Mitarbeitern. Und ich finde gerade jetzt für Handwerksbetriebe, deswegen sprechen wir ja auch, die sagen, okay, wir merken, unsere Leute sind nicht mehr. Die sind ineffizient, die rechnen Sachen nicht ab. Das höre ich ja auch jeden Tag. Also hat das nicht abgerechnet, das nicht abgerechnet, das noch zusätzlich gemacht, das nicht abgerechnet. Dann gab es noch fünf Schrauben, die gemacht wurden, die haben sie auch nicht abgerechnet. Ist ja Aufwand alles. Aber wenn die dann merken, das geht auch auf Kosten des eigenen Gehalts des Mitarbeiters, dann haben die schon mehr Bock, das zu machen. Wie ist das jetzt regional gesehen? Arbeitet ihr mit ganz Deutschland, Österreich, Schweiz oder gibt es da eine Grenze? Also wir sind klassisch im deutschsprachigen Raum tätig. Klar, die Mehrzahl der Kunden ist absolut in Deutschland, aber wir gehen überregional vor. Wir sind in Deutschland verteilt, wir haben auch einen Partner in Österreich. Also insofern, wir sind überall im deutschsprachigen Raum erreichbar. Die Idee ist ja eigentlich überall dieselbe. Es gibt jetzt ja nicht Steuersachen, die man beachten müsste oder so, sondern es ist ja wirklich einfach ganz stumpf gesagt. Wenn mehr Geld reinkommt, dann geht ein bisschen mehr an die Mitarbeiter raus und mehr an die Unternehmer aus. So sieht es aus. Wir kümmern uns überhaupt nicht, was du sagst, um die steuerlichen Themen, sondern wir sorgen dafür, dass das Bruttogehalt steigt und dass natürlich jeder das dann individuell für sich versteuern muss, das so zu reden. Ja, genau. Okay. Ja, cool. Finde ich sehr interessant. Was wäre jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Handwerksbetrieb. Ich habe von mir aus 30 Mitarbeiter. Ich denke mir, können ein bisschen mehr gehen, wenn nicht mehr geht. Ich habe bei euch ja kein großes Risiko. Also wenn nicht mehr geht, dann zahle ich auch nicht mehr. Dann kriegen die Mitarbeiter halt das, was sie immer bekommen. Vollkommen richtig. Wir nehmen niemandem was weg. Richtig, genau. Und im Endeffekt, wie komme ich jetzt zu euch? Wie ist da der Ablauf? Was könnte da als Einstieg, sage ich mal, anbieten, wie man mit euch in Kontakt kommen kann? Genau. Also es ist klassisch, wir lernen uns erstmal kennen. Kommen auf uns zu. Wir machen ein unverbindliches Gespräch, eine kleine Videokonferenz. Da erzählen wir nochmal, wie wir das bei anderen Unternehmen machen und wie das auch bei dir im Unternehmen genau laufen kann. Und wenn es dann losgehen soll, ja gut, dann müssen wir uns einfach kennenlernen. Und wir finden immer eine Lösung. Wie gesagt, es gibt am Ende des Tages aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt keinen Grund, sowas nicht zu probieren. Weil die Mitarbeiter haben tatsächlich nur Zugewinn unter Unternehmer am Ende des Tages, wie gesagt, dass sich einer verschlechtert, haben wir noch nirgendwo gesehen. Sondern die Frage ist eigentlich eher, wie viel besser wirst du? Und manchmal ist es eher so, dass sich einige Leute fragen, wie konnte das eigentlich sein? Warum haben wir das davor noch nicht genutzt? Aber insofern, man kann niemandem was versprechen. Ich sage einfach mal, lernen wir uns kennen, gucken wir rein und dann wird es losgehen. Ich sage mal, warum selber die ganzen Gedanken machen, wie man jetzt die Struktur am besten schafft, wenn man auch den Leuten, die halt auch mitdenken können, das überlassen kann. Und denen auch eine Option oder einen positiven Punkt mitgibt, mitzudenken. Die meisten denken ja nur mit, weil sie irgendwie Bock drauf haben, sich weiterzuentwickeln, aber davon gibt es nicht mehr so viel. Und warum nicht die anderen auch motivieren? Also ich finde, das ist eine ziemlich coole Geschichte, wo jeder, der jetzt auch sagt, ich will jetzt nicht Stunden, Tage, Monate da reinstecken, die perfekte Struktur zu finden, über das den Mitarbeitern. Wenn die mehr dabei verdienen, werden sie eine gute Struktur finden. Da wirst du überrascht sein, bin ich sicher, was da noch für Dinge aufkommen, wo du vielleicht aktuell noch gar nicht weißt, dass das ein Thema ist, wo die dann sagen, ja, das ist übrigens die ganze Zeit nicht so gut gelaufen, haben wir jetzt ein bisschen besser gemacht. Genau, haben wir einfach immer geduldet, haben wir akzeptiert, aber das muss man natürlich auch akzeptieren, dass man selber vielleicht ein paar Dinge auch heute nicht sieht, die die Mitarbeiter einfach am Ende mitgehen. Aber wenn man wirklich so eine gemeinsame Motivation entfacht und jeder sagt, pass mal auf, da ist vorne und alle rennen da hin, ja, dann kann nur mehr rauskommen. Also ich sage mal, das ist am Ende so in der guten wie in der schlechten Zeit, das merken wir einfach. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, dem ist nichts dazu zufügen. Dann, ihr wisst, wie ihr euch melden könnt. Wir werden auch die Website von euch einfach runter verlinken. Da könnt ihr euch einen Termin buchen, kostenfrei. Und dann guckt ihr einfach, was möglich ist, was man machen kann. Stefan, danke ich dir für deine Zeit. Ich habe zu danken, hier in eurem tollen Büro mal zu sein. Also insofern freue ich mich und wenn was draus raus wird bei allen, ja, fantastisch. Mich riesig freuen. Meldet euch gerne, ihr habt nichts zu verlieren. So sieht es aus. Jo. Ciao. Tschüss.